So, jetzt gehen wir raus. Jetzt ist einfach durch die Tür geschnallt. Da ist ganz tief schon wieder. Alter, wieder komplett durchgeschnallt. Hier, der ganze Weg war eigentlich gestern freigeschippt. Die Autos sind auch ganz voll. Das ist viel zu viel. Ich kann mal auf die Straße gehen. Hier ist es richtig tief. Also nicht richtig, es gibt tieferes, aber hier ist es tief. Schneeverwehung. Die Straße ist schon frei. Wie viel Uhr ist es? Okay, auch so 30. Dann muss ich hier jetzt die ganze Einfahrt freimassen. Oh, das ist jetzt Kacke. Haha. Ja, das ist hier. Von hier? Von hier nach vorne. Von hier nach vorne. Ja, 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 nach vorne. Oh. Ah, schon wieder da drin. Ah, schon wieder da drin ne? Ja. Ja, nach vorne. Okay, ja. Ich habe gerade ausgelinkt. Untertitelung des ZDF, 2020 und schon wieder schnee schippen heute morgen erst heute morgen erst und es ist eben kein Ende hier 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 sind die Mama hier sind die dabei weil die krassen gespuckt in den Schnee in den Schneepapier warte ich wow so tief meine Füße sind richtig tief warte jetzt jetzt noch eine coole Rolle hier raus warte wo habt ihr denn hier heute morgen Schnee geschoben hier kippst du dich durch wow das ist so krass das ist so krass hast du heute überhaupt Schnee geschoben ja wo denn zieht nichts mehr zieht nichts okay ihr seht hier auch nichts alles nur weiß hey einfach nur einfach nur weiß und Wind einfach so über den Zaun klettern einfach so über den Zaun klettern und es klingt ja immer mehr alles gut weißt du was ich höre bei so einem Wind die wieder rausgehen ich sehe gar nichts einmal kommt ein Wind und man sieht nichts einfach so über den Zaun klettern ich bin zu kurz ja ich muss schnell von der Seite ich bin zufrieden ich bin zufrieden ich bin zufrieden ich bin zufrieden ich bringe 3 2 1 4 oh das ist richtig scheiße das Seil war schon zu hoch und schon zu fest krass krass hier bleiben im Briefkasten ich komme nicht auf ich komme nicht auf einfach nur reingeschnallt im Briefkasten komm Ich bin hier Dirk oh jetzt habe ich das jetzt für mich angefertigt gespielt Eww Man zieht sich einfach mal an Ja, wir fangen jetzt auch mal an, Hannes, oder? Ein bisschen weniger machen